Dies ist ein Hörerlebnis von Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Freunde tun schon gut, wenn einem plötzlich eine ganze Oma fehlt. Hat er denn überhaupt verstanden, was du ihn gefragt hast? Glaube schon! Wenn er gar nicht geweint, sondern nur gelächelt hat, obwohl Oma Schnitzel weg ist, dann ist das verdächtig, sagt Ben und pustet seine Backen leer. Wieso verdächtig, will jetzt Tanne wissen. Naja, erwidert Ben zögerlich, vielleicht hat Opa Schnitzel ja Oma Schnitzel. Du meinst, fragt Kiki. Genau, Ben schaut ernst in die Runde, das meine ich. Was jetzt, fragt Tanne, fast ein bisschen patzig. Sie kapiert nichts. Wahrscheinlich, weil sie noch gar nicht weiß, ist, dass Kiki, Corwin und Ben eine echte Bande gründen wollen, mit der sie echte Kriminalfälle aufklären werden und vielleicht auch ein paar Gespensterfälle. Ent, sagt Ben und führt, sagt Kiki. Entführt ist das Wort. Jetzt ist es raus. Ihr spinnt, sagt Tanne und hat jetzt endgültig aufgehört zu weinen. Wieso sollte Opa Schnitzel Oma Schnitzel denn bitte entführen? Die sind doch schon ihr ganzes Leben lang ineinander verknallt und haben einen Bauernhof zusammen. Da macht man sowas nicht. Und wieso ruft Opa Schnitzel dann nicht die Polizei, obwohl Oma Schnitzel ja ganz anscheinend total verschwunden ist? Hä? fragt Kiki vorwurfsvoll. Ist das nicht vielleicht sehr, sehr auffällig und verdächtig? Schon, schon, meint Korwin nachdenklich wie ein Kriminalkommissar. Ich denke, uns bleibt nur eine Möglichkeit. Kiki, Ben und Tanne starren ihn an. Wir müssen den Fall übernehmen. Was für einen Fall? fragt Tanne und hat die Augen so weit aufgerissen, dass sie aussehen wie die Linsen von einem Fernglas. Den verschwundene Oma-Fall, erklärt Korwin. Und bevor Tanne noch irgendetwas nicht so Schlaues fragen kann, schiebt er hinterher. Und dazu müssen wir jetzt sofort die Barfußbande gründen. Das hatten wir nämlich eh geplant, Tanne. Die Barfußbande? rufen die anderen drei gleichzeitig. Man kann hören, wie überrascht sie sind. Ja, sagt Korwin. Wieso denn Barfuß? will Kiki wissen. Na, vielleicht schaut ihr mal eure Füße an. Sofort schauen alle drei auf ihre Füße. Die Leute in der Stadt denken ja, dass man auf dem Land immer in Gummistiefeln rumläuft. Aber das ist großer Quatsch. Auf dem Dorf läuft man barfuß. Manchmal treten Dorfkinder sogar absichtlich in frische Kuhfladen, weil die noch ganz warm sind und das lustig platscht. Barfußbande ist cool, sagt Kiki. Ich bin dabei. Ich auch, sagt Ben. Und auch Tanne nickt. Damit ist die Barfußbande gegründet.